Hallo, hier ist Peter L. Eppinger und das ist... ...Olivia Peter und Peter. Gemeinsam sind wir Peter und Peter von 4 bis später. Wie spielt den Ö3 Hit Champion jetzt mit einem... ...da wer, da wie der Funkra, Fliagra... Ja, das ist schön, der Beinlich, der Wiener, der Tirolerisch redet. Troni, das war gar nicht so schlecht, oder? Nein, ich bin sehr zufrieden. Bin ich Schlimmeres gewohnt von der Wiener? Ja, das hat aber nichts. Toni Kniedl von Blutschink. Wie fit bist du bei Hits erkennen? Keine Ahnung, also ich höre zeitweise überhaupt keine Musik, weil mich das rausbringt. Ich will da in meinem Studio ganz auf Autistisch und du selber Lieder schreiben. Aber so, da steht 80er, 90er, da hatte ich vielleicht eine Chance. Nehmen wir 80er, 90er Hits, ja? Bin dafür. Machen wir es leicht mittelschwer. Fangen wir mit leicht an. Na geh, komm, geh bitte. Mit mittelfinknidl. Mittelfinknidl. Tonis Familie übrigens im Hintergrund. Welcher Hit ist das? Land of Confusion. Vielleicht hätte ich dir vorher sagen sollen, das war schon. Das war schon. Das ist super. Wer ist das da hinten von der Familie? Land of Confusion. Da stellt ihm dann schnell eine andere Frage, damit der Kniedl abgelenkt ist, gell? Also da ist der Manager, deine Frau und den Bub. Ja, genau. Die sagen ein hinten. Der Knall. Aber ich glaube der Bub hat bei 80er, 90er wenig Chance, oder? Na schauen wir mal. Schauen wir mal. Hat das jetzt schon gelten oder kann man das nochmal? Das war ein Test. War ein Test. War ein Test. Der nächste Hit gehört wieder dir. Bist du bereit? Ja, du hast dann vier Möglichkeiten. Ja, Achtung. Ah, die stehen eh da. Nächster Hit. Na, was ist das? Na komm. Ja, bitte. Ja, 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 ja. Du musst sagen. Frankie Gastroni. Ja, gut. Sehr gut. Er singt die Antworten. Ja, sicher. Du singst die Antworten. Ja, sicher. Okay, du singst die Antworten. Alles klar. Nächster Hit. Oh, ja. Genau. Four non-blondes. Richtig. Whatsapp. Ja, genau. Es steht nur der Song da. Der Titel. Du hast sogar die Band gewusst. Respekt. Natürlich, natürlich. Ich bin auch ein non-blond. Ja, deswegen. Schau, jetzt machen wir da meine Antwort. Ja, genau. Wenn ihr das da drüben schaut, das ist gar nicht schlecht. Super. Oh mein Gott. Es geht übrigens darum, möglichst schnell zu erraten. Ach so. Ja, also. Hey, ich bin gestern 52 geworden. Alles Gute übrigens. Danke, danke, danke. Einen alten Mann darf man nicht so stressen. Okay, komm. Also, weiter geht's. Nächster Hit. Okay, also. Oh ja, das ist so schön. Na, und was ist es? I will love you always forever. Der richtig Donner Lewis. Er war mit Penisen beschäftigt. Okay, nächster Song. Braucht meine Brille, der liest das nicht. Ah, sehr gut. Von wem? Von Chicago. Boston, glaub ich, oder? Irgendeine amerikanische Stadt. Ja, ja, ja. Keine Details. Nächster Hit. Nächster Hit. Ich muss näher dran gehen. Ah, Bon Jovi. Jawoll. Jawoll. Genau, genau der Song. Genau der. Nächster Hit. Das ist? Ah. Schenayers. Richtig. Schenayers. Wir haben nur noch zwei Sekunden. Also, füge jetzt in den Maus. Komm, jetzt müssen wir angassen. Nächster Hit. Ah, ja, ja. Tret aus dem Mann jetzt. 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 Ja, ich helfe ihm. Ja, super. Er sei nicht zu mir. Bis ich das alles erlesen habe, ich stehe schon drauf. Kein Problem. Komm näher. Komm näher. Dann hast du vielleicht einen noch? Einen noch. Einen noch. Liked aber eher du, Melissa Aydridge. Das hast du schon erkannt. Ja, aber das wäre sie nicht ausgegangen. Du hast es fantastisch gemacht. Nein, super. Ich hab das so gewaltig gemacht. Ich bin ganz stolz auf mich. Haben wir gut gemacht. Ja, das ist richtig. Also, in 33 Sekunden acht Hitzerraten ist jetzt nicht die Mörderleistung. Also, normalerweise gibt es 15. Das ist so der Durchschnitt. Ja. Ach, okay. Ich sehe schon, ich bin aus dem letzten Jahrtausend so übergeblieben. Das Relikt macht nichts. Da ist eine andere Zeitrechnung, da hat man noch Zeit. Da hat man die Lieder angehochen, weil nicht nur sagen, was das ist. Ah ja, okay. Aber du hörst ja dauernd bei uns. Ja, mir taugt es immer da voll. Ich denke mir, ah, super. Du musst sagen, ah, was. Und es ist schon spät. Schon ist die Zeit abgelaufen. So, wir grüßen mit einem Abschlussbild. Vielleicht einmal noch mit Haaren. Schau. Ja. Hier so, weil du hast gesagt, du bist 52 geworden. Genau. Jetzt siehst du aus wie 17 Jahre blondes Haar. Genau. So stand er, so saß er neben mir. Wunderbar. Können wir den Bart ertauschen? Genau. Kann man da bitte mal feilen? Ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich von den Serien via Online hier. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Hit-Championspielen. Hoffentlich seid ihr schnell da. Ja, ja. Du warst jetzt nicht so die Challenge. Nein. Aber...